In der Videoreihe Vektoren von x hoch n beschäftigen wir uns im ersten Teil mit den Grundbegriffen. Wir starten mit den Koordinaten eines Vektors. Die Lage eines Punktes kann durch seine Koordinaten in einem Koordinatensystem angegeben werden. Das kathesische Koordinatensystem ist ein spezielles Koordinatensystem. Dort stehen die Koordinatenachsen zueinander senkrecht. Das Koordinatensystem in der Ebene sieht folgendermaßen aus. Ich habe hier einen Punkt und ich kann die Lage des Punktes durch seine Koordinaten angeben. Nämlich in x-Richtung ist das 3 und in y-Richtung ist das 2. In der Ebene ist so die Lage des Punktes eindeutig durch seine Koordinaten 3 und 2 angegeben. Die Lage eines Punktes im Raum wird durch drei Koordinatenachsen beschrieben. Diese drei Koordinatenachsen nennen wir x1, x2 und x3. Diese drei Koordinatenachsen stehen wieder senkrecht aufeinander. Die Lage des Punktes b wird nun durch die Koordinate in x1-Richtung, die ist hier 6, durch die Koordinate in x2-Richtung, das ist hier 7, und durch die Koordinate in x3-Richtung eindeutig beschrieben. Der Punkt b hat die Koordinaten 6, 7, 8. Die Lage eines Punktes wird durch seine Koordinaten eindeutig beschrieben. Wie man von einem Ausgangspunkt a zu einem Zielpunkt b mit einer Verschiebung gelangt, kann man so beschreiben. Man erreicht den Punkt b, wenn man von Punkt a aus zwei Einheiten nach rechts in x-Richtung und anschließend drei Einheiten nach oben in y-Richtung geht. Diese Verschiebung bezeichnet man als Vektor und schreibt für diese Verschiebung ein v mit einem Pfeil drauf. V ist gleich 2, 3. Die Verschiebung von Punkt a nach b bedeutet zwei Einheiten nach rechts in x-Richtung und drei Einheiten nach oben in y-Richtung. Wie kann nun die Verschiebung von Ausgangspunkt c zum Zielpunkt d beschrieben werden? Dazu muss ich wieder zwei Einheiten in x-Richtung gehen und danach drei Einheiten in y-Richtung. Also wieder 2, 3. Die Verschiebung von e nach f ist zwei Einheiten in x-Richtung und drei Einheiten in y-Richtung. Betrachten wir als letztes noch die Verschiebung von g nach h. Zwei Einheiten in x-Richtung und anschließend drei Einheiten nach oben in y-Richtung. Ich habe es also immer mit dem gleichen Vektor zu tun. Die Verschiebung von a nach b wird durch den Vektor v beschrieben, ebenso die Verschiebung von c nach d und so weiter. Weil der Vektor von einem Punkt zum anderen führt, schreibt man auch kurz v gleich a, b, weil der Vektor von a nach b führt, beziehungsweise c, d, e, f, g, h. Immer mit einem Pfeil darüber. Dieser Vektor ist immer identisch 2, 3, 2 in x-Richtung, 3 in y-Richtung. Alle Pfeile, die zu einem Vektor gehören, sind damit zueinander parallel gleich lang und gleich gerichtet, weil das ja immer die gleiche Verschiebung ist. Die Koordinaten eines Vektors kann man aus den Koordinaten der Punkte bestimmen. Dazu muss ich einfach die Differenz der Punkte nehmen. Beispiel die Verschiebung von a nach b. Ich nehme die x-Koordinate von b, die ist hier 4, und subtrahiere davon die x-Koordinate von a, die ist hier 2, 4, minus 2. Ebenso nehme ich die y-Koordinate von b, die ist hier 5, und subtrahiere davon die y-Koordinate von a, die ist hier 2, 5, minus 2. Und ich erhalte für die Verschiebung von a nach b den Vektor 2, 3. 4, minus 2 ist 2, 5, minus 2 ist 3. Betrachte ich noch einmal den Vektor von e nach f. Die x-Koordinate von f lautet 4, die x-Koordinate von e lautet 2, 4, minus 2 ist 2. Die y-Koordinate von f lautet minus 1, die y-Koordinate von e lautet minus 4, und als Differenz erhalte ich minus 1, minus minus 4, minus 1, plus 4, und das ist 3. Und ich erhalte wieder den Vektor 2, 3. Allgemein gilt, habe ich zwei Punkte mit den Koordinaten a, a1, a2, a3 und b, b1, b2, b3. So erhalte ich den Vektor von a nach b durch die Differenz der einzelnen Koordinaten b1, minus a1, b2, minus a2 und b3, minus a3. Ein paar Beispiele. Zeichnen Sie den Vektor x, minus 3, 2 in ein Koordinatensystem. Das ist die Lösung. Ich gehe von einer Stelle aus minus 3 in x-Richtung, also jetzt nach links wegen des Minuszeichens und 2 in y-Richtung nach oben. Das ist der Vektor x. Ebenso hätte ich auch im Ursprung starten können. 3 nach links wegen des Minuszeichens und 2 nach oben. Das ist der Vektor minus 3, 2. Oder wenn ich im Punkt 1, minus 3 starte, 3 Einheiten nach links in x-Richtung und 2 Einheiten nach oben in y-Richtung. Das sind alles die Vektoren x. Ein weiteres Beispiel. Der Vektor ab sei minus 3, 2 und die Koordinaten des Punktes a lauten minus 2, 3. Bestimmen Sie die Koordinaten von b. Bestimmen Sie die Koordinaten von b. Das geht folgendermaßen. Um vom Punkt a, minus 2, 3 nach b zu gelangen, muss ich von der x-Koordinate drei Schritte nach links gehen. Also minus 3 nach links. Ich erhalte minus 2, minus 3. Und von der y-Koordinate von a 2 nach oben und ich erhalte 3 plus 2. Insgesamt bekomme ich minus 2, minus 3 ist minus 5. 3 plus 2 ist 5. Noch einmal im Koordinatensystem. Ich habe hier den Punkt a, minus 2, 3. Der Vektor lautet minus 3, 2. Drei Einheiten nach links in x-Richtung und zwei Einheiten nach oben in y-Richtung. Und ich erhalte den Punkt minus 5, 5. Ein weiteres Beispiel. Die Punkte c und d seien durch ihre Koordinaten gegeben. c ist 6, minus 4 und d ist 3, minus 2. Bestimmen Sie den Vektor cd. cd ergibt sich aus der Differenz der Koordinaten 3, minus 6 und minus 2, minus minus 4. 3, minus 6 ist minus 3. Minus 2, minus minus 4 ist minus 2, plus 4 und das ergibt 2. Der Vektor cd lautet also minus 3, 2. Hier noch einmal eingezeichnet. Der Punkt c liegt bei 6, minus 4. Der Punkt d liegt bei 3, minus 2 und der Vektor ist minus 3, plus 2. Ich habe die beiden Punkte o, 0, 0 das ist der Koordinatenursprung und den Punkt b, 4, 3 gegeben. Bestimmen Sie den Vektor ob. Ich bilde wieder die Differenz der Koordinaten 4, minus 0 und 3, minus 0 und ich erhalte für den Vektor ob, 4, 3. Der Vektor vom Koordinatenursprung zum Punkt b lautet 4 in x-Richtung und 3 in y-Richtung. Vektoren, die vom Koordinatenursprung zu einem Punkt gehen, heißen Ortsvektor des Punktes. Und die Koordinaten des Vektors stimmen mit den Koordinaten des Punktes überein. Allgemein, der Vektor op mit den Koordinaten p1, p2, p3 heißt Ortsvektor des Punktes p mit den Koordinaten p1, p2, p3. Die Koordinaten des Ortsvektors stimmen mit den Koordinaten des Punktes überein. Sind die Punkte a, minus 1, minus 1 b, 3, minus 1 c, 4, 2 und d, 0, 2 die Eckpunkte eines Parallelogramms? Das kann ich ganz einfach dadurch prüfen, indem ich diese Punkte in ein Koordinatensystem eintrage. Hier ist der Punkt a, minus 1, minus 1 der Punkt b, 3, minus 1 der Punkt c, 4, 2 und der Punkt d, 0, 2 Ich erkenne sofort, das sind die Eckpunkte eines Parallelogramms. Ich hätte das aber auch berechnen können. Es genügt nämlich, indem ich die Vektoren von a nach b und die Vektoren von d nach c untersuche. Wenn diese Vektoren identisch sind, dann habe ich es mit einem Parallelogramm zu tun. Der Vektor ab ergibt sich aus der Differenz der Koordinaten der Punkte 3, minus, minus 1 und für die y-Koordinate erhalte ich minus 1, minus, minus 1 Das ist gleich 3 plus 1 für die x-Koordinate und minus 1 plus 1 für die y-Koordinate. Ich erhalte für den Vektor ab 4, 0 Schaue ich mir nun den Vektor dc an. Auch den erhalte ich aus der Differenz der Koordinaten der Punkte. dc ist 4, minus 0 und 2, minus 2 4, minus 0 ist 4 und 2, minus 2 ist 0 Die Vektoren ab und dc sind also identisch. Das heißt, es handelt sich hier um ein Parallelogramm. Von einem Quader sind drei Punkte gegeben. Der Punkt a, 6, 2, 1 Der Punkt f, 6, 5, 4 und der Punkt g, 3, 5, 4 Den Vektor von c nach e kann ich dann ganz leicht angeben, wenn ich die Koordinaten der Punkte c und e kenne. Die Koordinaten der Punkte kann ich hier aber ganz leicht ablesen. Der Punkt c hat die gleichen x1 und x2-Koordinaten wie g, weil er liegt genau unter dem Punkt g. Der Punkt g hat nur eine andere x3-Koordinate, weil er höher ist. Und der Punkt c hat die gleiche x3-Koordinate wie der Punkt a, weil er ja in der gleichen Höhe liegt. Also erhalte ich für den Punkt c die Koordinaten 3, 5 und 1. Der Punkt e hat die gleiche x1 und x2-Koordinate wie a. Er liegt ja genau da drüber. Er ist nur höher. Und er hat die gleiche x3-Koordinate wie f. Ich erhalte also als Koordinaten für den Punkt e, 6 und 2 und 4. Nun kann ich ganz leicht den Vektor angeben. Der Vektor von c nach e lautet 6-3, 2-5, 4-1. Der Vektor lautet damit 3-3, 3.